Im Rahmen der Digitalisierung der Kommunikationsprozesse im Gesundheitsbereich haben wir eine Lösung entwickelt, die heißt sicheres Patientenportal. Mit diesem sicheren Patientenportal können die Patienten direkt Kommunikation aufnehmen zum Krankenhaus, können Termine buchen, können Informationen vom Krankenhaus abrufen, damit entsprechend effizient die Prozesse sowohl im Krankenhaus gestaltet werden können und der Patient die Möglichkeit hat, diese Dienste über sein Smartphone umzusetzen. Wie funktioniert die Lösung? Über das Smartphone wird eine Kommunikation über den Anruf einer Servicenummer im Krankenhaus realisiert. Man bekommt dann eine entsprechende SMS als Kommunikation auf dein Smartphone, hat da eine sichere Kommunikation zum Krankenhaus, es wird ein entsprechender sicherer Kanal eröffnet, worüber die Kommunikation läuft. Vorteile für das Krankenhaus sind, dass im Rahmen der Termindisposition keine manuellen Arbeiten notwendig sind, also Personaleinsatz wird gespart und man hat die Möglichkeit natürlich auch Termine zu stornieren, auch das ist ein sehr aufwändiger Prozess im Krankenhaus. Das bedeutet also, das Krankenhaus hat eine effiziente Kommunikation und Einsparung im Rahmen auch seiner Mitarbeiter und der Patient hat die Möglichkeit, Online-Informationen aus dem Krankenhaus abzurufen.